In Smith, Stadteingang Endlich angekommen, Ian Smith. Während du deine Gelenke streckst und die Strapazen der Fahrt abschüttelst, musstest du dir in ihre Umgebung. Kein Künstler hätte dieses Bild harmonisch ermahlen können. Unter dem nun stechend blauen Himmel liegt der mit hellen Kalkstein gepflasterte Rathausplatz, umrandet von neukolonialen Fassaden, die an das Neuengland des 19. Jahrhunderts erinnern. Die Schreie der Möwen gählen durch die frische, würzige Seeluft und die Einwohner machen sich langsam auf, ihrem Alltag zu bestreiten. Im Zentrum des Platzes plätschert ein Brunnen. Während du noch die Glieder dehnst und deinen tiefen Zug der salzigen Seeluft einatmest, erschreckst du plötzlich von dem, was sich vor dir auftürmt. In der Mitte des Brunns bäumt sich ein haushohes Fischwesen aus Melsing empor. Aus dem scharfen, umzahnten Maul der Kreatur prasselte brackiges Wasser den massiven und unmenschlich verdrehten Körper hinunter. Als wäre das nicht schon furchteinflößend genug, winden sich unter den spitzen Krallen dieses Wesens menschliche Körper. Ihre Gesichter genauso verzerrt wie das deine. Wie lange stehst du hier schon? Mund und Augen verschreckenweit aufgerissen. Die Arme, noch von dir gestreckt, versuchst du dich langsam aus dieser Schockstarre zu befreien. Deine Augen wandern umher und bemerken immer mehr beunruhigende Details. An allen Ecken zieren Ornamente, Statuen und Rejests von Fischen das Stadtbild. Nicht von der harmlosen Sorte, die ein maritimes Thema aufgreifen, sondern Fratzen und heidnische Abbildungen von übernatürlichen Tiefseekreaturen. Gesichter pressen sich gegen die Fensterscheiben der anliegenden Wohnhäuser. Die Bewohner der Stadt scheinen dich zu beobachten. Du könntest schwören, dass das Geschrei der Möwen sich irgendwie menschlich anhört. Wie Menschen, die vor Schmerz schreien. Das war doch eben noch so idyllisch. Willkommen in Innsmeth. Umdrehen oder ignorieren? Wenn wir ja angesprochen werden, dann werden wir das natürlich nicht ignorieren. Wir drehen uns um. Herzlich Willkommen in Innsmeth. Wie schön, dass Sie uns besuchen. Schon aus der Ferne winkt ja eine ältere kleine Dame entgegen. Sie strahlt dich begeistert dann, als wärst du ihr lang verscholenes Enkelkind. Sie macht einen ganz anderen Eindruck als die meisten dieser Schlaftabletten, mit denen du dir den Buskel hier ja geteilt hast. Ihr Gequieker reißt sich aus deiner Starre. Oh, wie schön, sie hier zu haben. Wie ich sehe, sind Sie ganz beeindruckt von unserem Stadtbrunnen. Erbaut ca. 1704 von Abdul Nikrotis, dem Lieblingskünstler und damaligen Weggefährten von Innsmeth-Gründer Charles Dexter Tillinghast. Die Statue war ein Geschenk und sollte an ihren gemeinsamen Reisen in Kairo erinnern. Man sieht deutlich die ägyptischen Einschlage in Nikrotis' Werk. Hier und hier. Sie zeigt die Bilder in alle Richtungen. Und hier. Aber das haben Sie sich alle schon bemerkt. Sie sehen aus wie jemand, der sich mit Kunst auskennt, sagt sie mit einem breiten Lächeln. Deine Arme hängen immer noch in der Luft, Augen und Mund weit aufgerissen. Sie strahlt dich an. Wer zur Hölle sind Sie? Klar bin ich Kunstprofessor. Ja, die Skepsis überwiegt. Wer zur Hölle sind Sie? Oh, hab ich mich nicht vorgestellt. Eine kleine, kompakte Dame in einem geschmacklosen Bläser steht vor dir. Deine Schroffheit scheint ihre Freundlichkeit keineswegs zu mildern. Mein Name ist Muriel Popping Place, zudem noch Leiterin der Grünflächenamt ist, Tourismusbeauftragte und Vorsitzende des Begrüßungskomitees. Tada! Hinter Muriel steht ein oft deutlich zusammengesetzter Infostand aus Morschen Holz, der liebevoll mit Flyern geschmückt ist. Ein riesiges Schild sagt, Willkommen in Smith. Muriel macht kurze, flinke Schritte in Richtung ihres Infostandes und zupft zierstrebig alle möglichen Flugblätter und Prospekte aus den klapprigen Displays. Sie hält inne, lacht schreier auf und wedelt mit den beladenen Armen. Oh, herrje, Liebes, nehmen Sie für den Anfang einfach diese Stadtkarte. Nicht schlecht, du lässt die Karte an deiner Manteltasche verschwinden. Wollen Sie nicht mehr über unsere fantastische, mehrfach mit dem Küstenstadt des Jahrespreis, dem Küsti ausgezeichnete Stadt erfahren? Willst du, ich suche jemanden. Ja, was machen wir? Klar, warum nicht? Muriel klatscht in die Hände und fiepst. Sie bereitet eine ihrer Fallkarten aus und deutet nacheinander auf drei weit voneinander entfernt liegende Orte in der Stadt. Hier erst einmal das nächste Ziel auf ihrem Weg, das Stadtzentrum. In Innsmouth können Sie nicht nur eine florierende, aufstrebende Shoppingmeile genießen. Unsere Stadtbrunnen hat seit Mai auch echtes, fließendes Wasser. Muriel wählt mit den Zeigefingern. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Dieser Stadt vergehte sich ein Prunk. Aber wir sind alle doch ganz gut auf dem Boden geblieben. Nach der Sache mit dem Küsti. Ihr Finger pocht nun auf der anderen Stelle der Karte. Die Altstadt von Innsmouth ist noch komplett erhalten. Man könnte meinen, es wäre niemals irgendetwas an den Häusern verändert worden. Im Umkreis von fünf Kilometern werden Sie hier keinen einzigen Neubau finden. Deine Mine hat sich mittlerweile ungewollt in eine Maske namenlosen Schreckens verzogen. Ist das alles langweilig. Und schließlich, Muriel tippt nun an die Küste, die ebenfalls grandiose, fabutastische Strandpromenade. Ein Traumstrand und eine Beachbar mit allerlei Getränken erwartet Sie hier. Hoffentlich haben Sie genug Stress beigebracht. Denn dort erfahren Sie Entspannung pur. Die kleine Dame gluckst vergnüglich. Nichts bereitet mir mehr Freude, als unseren Besucher auf unsere hübsche kleine Stadt vorzubereiten. Bleiben Sie denn für ein paar Nächte? Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, so lange wie möglich zu bleiben. Es gibt so viel zu entdecken. Die Stadt wird Sie gar nicht mehr loslassen. Wie lange wirst du wohl bleiben? Eine Woche? Eine Nacht? Es ist ein Kurztrip. Ja. Nam 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 nam. Ich würde sagen, wir bleiben eine Woche. Das ist großartig. Hier, nehmen Sie diesen Gutschein für das Gilman Hotel. In dem Hotel erwarten Sie gehobener Service im luxuriösen Ambiente des 19. Jahrhunderts. Zu den Gästen zählten schon berühmten, wie Staatsoberhäupte aus fernen Ländern, bekannte Filmschauspieler und Musiker und ganze zwei ehemalige Präsidenten. Sagen Sie an der Rezeption. Sagen Sie an der Rezeption, Muriel schickt sie. Muriel zwinkert und drückt ihr ein weiteres buntes Kärtchen in die Hand. So langsam reicht es dir. Du tippst auf deine Handgelenke, während du davonschleichst. Ich muss noch so viel heute sehen. Wie schaffe ich das nur? Nochmals vielen Dank für alles. Muriel blickleitet an dir vorbei und erspäht eine amerikanische Touristenfamilie. Schon kippt bei ihr ein Schalter um. Sie hüpft wieder mit voller Begeisterung davon und winkt aufgeregt mit den Prospekten. Mit weiteren Schritten eilst du die gepflasterte Straße entlang ins Stadtinnere, Richtung Küste. Die Sonne stand eben noch gleißend hell am Himmel. Mittlerweile haben sich aber Nebelschleier um die Häuserdächer gelegt. Die Luft wird dicker und das Sonnenlicht scheint nicht mehr durch die nebeligen Schwaben dringen zu können. Es wird Zeit dir zu überlegen, wohin du gehen willst. Deine Schritte verlangsamen sich. Du hast eine Wahl zu treffen. Das Stadtzentrum liegt im Norden. Schon aus weiter Ferne erkennst du die Umberisse des Rathausplatzes mit seinen aufwendig verzierten alten Gebäuden. Hier solltest du die Polizeistation, die Shoppingmale und natürlich das Rathaus finden. Als Küstenstadt beherbergt Innsmiff natürlich auch ein Hafen. Mit allem was dazu gehört. Die viel befahrenen Anliegestellen und ein sogenannter Traumstrand. Davon hattest du in deinen Recherchen gelesen. Hier sollten sich eher Touristen aufhalten. Die Altstadt beherbergt laut deiner Recherche das einzige Hotel der Stadt. Was gehen wir noten? Du könntest dort schon einmal einchecken und dich frisch machen. Den Gestank des Busses loswerden, der an deine Kleidung gesorgen ist. Gerade als du dich wieder in Bewegung setzen willst, rutschst du das Herz in die Hose. Du hast deinen Aktenkoffer am Bus vergessen. Verdammt. So etwas ist dir noch nie passiert. Auf deinen sperrlichen Besitztümer gibst du normalerweise gut acht. Da kannst du wohl jetzt nichts dran ändern. Du musst dich wohl bis Zurückfahrt gedulden, um herauszufinden, ob dein Koffer vom Büro abgegeben wurde. Dennoch, du könntest schwören, dass der Koffer verschwunden war, als du ausgestiegen bist. Du entscheidest dich, das Stadtzentrum auszusuchen, das Hotel oder den Hafen. Na, wir wollen erstmal einchecken. Wir gehen zum Hotel.